So, wo ist jetzt das Eichhörnchen, äh, einhören? Ich weiß auch immer, das war, hingerannt. Okay, das kann... Gehen. Jubel, nach dem. Schöner Effekt, gerade. Schöner Effekt, gerade. Ich brauche wieder Upgrades, fällt mir da auf. Ein Short-Up-Tack hat. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe entweder was übersehen, oder ich habe was anderes übersehen. Ich glaube nämlich, ich kann hier runter, wo ich gedacht habe, da ist eine Sackgasse. Und hier rüber. Dort in der Höhe, die weiteren Runker zusammenziehen. Irgendwas kann ich da oben bestimmt noch gegenschlossenen. Ich habe mir nicht mehr weitergeleitet. Ich bin dran. 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 gegen verlassen und mit wiederherzustellen das triggert jetzt jedes mal nicht okay dann werde ich leuchtig drühen oh schön Was sehe ich denn bei den Lebenspunkten hier? Okay, da ist nichts hier, da ist nichts hier, da ist nichts hier, da ist nichts Aha Joink Oh, hier kann ich schon Aha Da ist der Flusswiener, hier wäre ich noch mehr zugegangen Boink Und ich gehe runter Ich gehe nach einem Tier Ich gehe nach einem Tier Und es ist die schönste Tier Ich habe immer gesehen Ich werde es ein bisschen weiter Wenn ich mich für jede Menge Ich werde es sagen, ich werde Na Ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ich komme hier. Ich komme hier. Ich komme hier. Und dann lässt ich diese Gangpabel auf hier runter. Und dann werde ich erst mal Ressourcen sammeln. Und dann hier Ressourcen sammeln. Den Ausblick genießen. Und hier weiterlaufen. Und mich wundern, dass ich... Ach, jetzt kommt das Vieh wieder. Ich kann mich auch scannen, bitte. Ich saug den Gump irgendwo hin. Warum mache ich nicht zuerst zauberen und sammeln dann Sachen ein? Das wäre auch viel mehr Sinn. Oh. 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 Vielleicht ist der Gunk nicht wirklich lebend, aber es scheint, dass es zu leben ist. Es ist komplett aus dem Balance. Mein beste Theorie ist, dass der Gunk ein Waste von einem Ecosystem-related Prozess ist. Wie? Gut. Bevor ich... ... dem Tier folge, sammle ich hier Ressourcen ein. Halt das Survival-Strategie. Und dann folgen wir dem Wesen, freuen uns, dass es sich freut, dass wir alles die Gumpen entgucken. Ich wollte hierher gehen, aber okay, dann... Ich wollte hierher gehen, aber okay, dann... Und dich scanne ich, bevor ich dich erzähle. Wurzelbusch! Und dich scanne ich, bevor ich dich erzähle. Welche Gust? Worth it! diez... ... ... Jetzt können wir hier doch nochmal runter. Ah, da ist es. Nur für das Protokoll? Einmal für dich. Ja, das heißt, es fliegt doch nicht. Wo hatte ich den anderen? Da. Fehler nicht. Jetzt machen wir das so. Oh. Oh, wir haben hier. Okay. Nicht ganz, wie ich es mir erhofft hatte, aber... Ja. Wichtig ist doch, dass wir... ... 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 Ich denke, das Tier könnte verletzt werden. Ich... Ich will es überprüfen. Warum diese Obsession mit dem Tier? Es fühlt sich so, dass wir uns auf mehr praktische Dinge fokussieren sollten. Es ist nicht so, dass wir noch keine Zeugen nach Hause bekommen haben. Harte. Ich habe das Gefühl, wenn ich zu Hause bin, kann ich hier tausend Upgrades machen. Da kann ich noch mal lernen. Schade, dass ich diese riesen Bäume nicht scannen kann. Ach, was? Ab in die Höhle. Nicht dann. Nein, nicht. Nein, warum? Nein, lade. Nein, nichts. Kann ich wieder zurück? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da irgendwie... Lade. Okay, ich habe echt gedacht, dass das hier weiter geht. Das sieht so geil aus. Ich muss mir auch solche Blumen holen, die... ...kaute Blätter... ...Blätter haben mit Blöchern drin. Und hoffen, dass die lange durchhalten. Das wäre schön. Jetzt kann ich beruhigt darüber gehen. Mein Name ist Kuseke, ich spiel gerne. Habe ich dir schon gesagt? Ich weiß es nicht. Aber wer hier zuguckt, weiß das eh. Es sei denn, es ist neu. Hi. Schön, dass du da bist. Ich dachte, du sagst. Ja, du siehst aus, als würdest du... Du sagst, hallo, oder? Hi. Hi. Hi, da. Jetzt klappen da irgendwelche Sachen aus, und es ist richtig. All right. Auf geht's. Holy. What the hell is that? Whoa, that thing is massive. Hey. Looks like we're not the first intelligent life on this rock after all. I mean, there are structures all over this area. What? Yeah. There were definitely people living here. I hope you're sure about the past tense. I'm not up for alien encounters. Sure looks deserted. I'll send you some scans. No, man. There. Aha. Okay.